Meilensteine bei der Entwicklung der Sicherheit im Auto. Das Rad veränderte die Art unserer Fortbewegung. Pferde waren teuer, unpraktisch und oft unzuverlässig. Mit dem ersten Auto begann 1886 eine neue Ära der Mobilität. Mit den Luftreifen wurde die bislang holprige Fahrt bequemer und mit der ersten selbsttragenden Karosserie noch stabiler und sicherer. In den 30er Jahren eroberte der VW Käfer die Herzen der Menschen. Im Jahr 1974 hielten der Dreipunkt-Sicherheitsgurt und ab Mitte der 90er Jahre der Airbag als sensationelle Erfindungen Einzug in Kraftfahrzeuge. Mit ESP, ABS und GPS kamen in den Jahren darauf weitere sicherheitsrelevante Systeme hinzu. Und seit 2005 lässt sich der Siegeszug des vernetzten und multimedialen Autos nicht mehr aufhalten. Immer mehr Technik bedeutet aber auch immer mehr Belastung durch Elektrosmog für Fahrer und Mitfahrer. Um diesen negativen Beeinflussungen entgegenzuwirken, wurde der Memonizer K zur Serienreife entwickelt und schützt seitdem die Insassen vor den negativen Auswirkungen des Elektrosmogs. Memon Erleben Sie die neue Qualität der Mobilität sowie das gute Gefühl und die Sicherheit geschützt zu fahren. Fahrvergnügen ja, störende Einflüsse nein.